Ja, das ist Bayern. Da machen in der Corona-Krise noch vor den Kindergärten die Biergärten wieder auf. Und der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat heute mal erklärt, was dabei zu beachten ist. Eigentlich ganz einfach, seht selbst. Wenn sechs bis acht Leute jeder mit seinem Kumpel kommt, dann kann der sich natürlich jeweils mit seinem Kumpel, der seine Bezugsperson ist, an einen Tisch setzen. Und mit 1,50m Abstand sitzt der nächste Kumpel mit seinem Kumpel. Aber die können nicht sechs mal zwei an einem Tisch sitzen, weil ja nicht mal die ersten Sechse an einem Tisch sitzen dürften. Also immer nur mit einer Bezugsperson oder mit einer Bezugsfamilie darf ich am Tisch sitzen. Und zu den anderen ist jeweils 1,50m Abstand zu halten. Das Beispiel ginge nur, wenn der Tisch irgendwo 15 Meter lang ist und dann im Abstand von 1,50m immer die Pärchen gegenüber sitzen. Alles klar, oder? Politiker sprechen oft sehr abstrakt, drücken sich umständlich aus. Hier hat Hubert Aiwanger es eigentlich gut gemeint und wollte die Regeln, und das ist ja derzeit wirklich nicht einfach, das zu erklären, bildhaft erklären in einem Beispiel. Eigentlich gute Idee, nur leider schiefgegangen, weil das Beispiel mit zu vielen Zahlen zu kompliziert wird. Sechs bis acht Kumpels, jeder bringt einen mit und gegenüber. Und dann noch die 15 Meter lange Bierbank, die es, glaube ich, in keinem Biergarten gibt. Also spätestens da fliegen wir aus der Kurve. Wenn ich Herrn Aiwanger richtig deute, richtig verstehe, dann würde das Einfachheit-Lehrt in etwa so lauten. Liebe Leute, ihr dürft jetzt wieder euch mit anderen im Biergarten treffen. Mit mehreren Personen zusammen, wenn das Personen sind, mit denen ihr im selben Haushalt lebt. Oder mit einer Person, die haushaltsfremd ist. Das kann dann der Kumpel sein oder die Freundin oder der Kollege. Also entweder mit mehreren aus einem Haushalt oder mit einer haushaltsfremden Person darf man im Biergarten zusammensitzen. Zu allen anderen hält man einfach eineinhalb Meter Abstand. Prost.